Die Sterne stehen günstig, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Der beste Stall dafür? Ein vertrauenswürdiges Kreditinstitut wie unseres. Denn vor Neidhammeln schützt man sich am besten, wenn man bald nichts mehr hat, worauf man neidisch sein müsste. Liebe? Lassen Sie sich bloß keine Hörner aufsetzen. Hörner. 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 Das war's für heute.